Hallo meine Lieben, ich habe für euch heute ein neues Storytime-Video und zwar kriegt ihr heute von mir die Spanner-Story erzählt, denn ich habe euch ja in meinem letzten Storytime-Video gefragt, ob euch die überhaupt interessiert und ihr wart ja wirklich einstimmig dafür. Und ja, dann würde ich sagen, fange ich mal an zu erzählen. Noch vorweg gesagt, das Ganze ist letzten Sommer passiert, das heißt, wenn ihr mir jetzt dazu ratet, den anzuzeigen, ist es leider zu spät. Ich weiß, ich hätte es tun sollen, aber das ist jetzt gelaufen. Das Ganze ist, wie gerade schon gesagt, letzten Sommer passiert, auch zu so einer Hitzewelle wie gerade jetzt. Zerfließt er auch übrigens von der Softbox, also wundert euch nicht, wenn nicht etwas glänzen sollte. Und ich war mit meiner besten Freundin in der Stadt und wir wollten dann noch gegen Abend gemütlich zusammen Abendessen und zwar bei mir auf dem Balkon. Deswegen waren wir vorher einkaufen, kamen dann zu mir nach Haus in die Wohnung, haben uns dann alles auf dem Balkon praktisch aufgebaut und wollten eigentlich dann auch schon essen. Aber ich wollte mich dann noch umziehen, weil ich wollte etwas Bequemeres anziehen, wie das halt so ist, wenn man nach Hause kommt. Jetzt müsst ihr noch wissen, dass praktisch hinter dem Balkon ist mein Schlafzimmer. Also so, dass man, wenn man auf dem Balkon steht, in mein Schlafzimmer gucken kann. Ich bin dann vom Balkon in mein Schlafzimmer gegangen und habe mir was anderes angezogen. Ich habe auch immer die Rollos oben, weil ich zum einen sehr hochruhen und E-Bäume vor dem Fenster habe, sodass mich eigentlich keiner sehen kann, wenn ich mich da umziehe. Und zum anderen, weil das jetzt einfach schnell gehen muss und da denkt man nicht noch dran, ach, mich könnte ja jemand sehen, zum Beispiel meine beste Freundin, was natürlich gar nicht geht. Und deswegen waren einfach die Rollos oben. Während ich mich dann umgezogen habe, ruft meine Freundin dann, ey Steffi, komm mal raus, hier ist ein Hubschrauber. Ich dachte mir erst mal so, hä? Ja, ein Hubschrauber, schön, ist jetzt ja nicht sowas, was niemals passieren könnte. Und habe mich erst mal praktisch zu Ende umgezogen und bin dann erst rausgegangen und sehe meine Freundin, wie sie mit ihrem Handy da sitzt. Und diesen Hubschrauber am Fotografieren ist. Und das Ganze war absolut kein Hubschrauber, sondern es war eine Drohne. Meine Freundin wusste nur nicht, was Drohnen sind und meinte praktisch mit Hubschrauber so ein Modell-Hubschrauber-Spielzeug-Ding. Ich habe natürlich sofort gecheckt, weil ich wusste, was eine Drohne ist. Oh, oh, da ist bestimmt eine Kamera dran. Und diese Drohne ist wirklich genau an meinem Balkon entlang geflogen. Die konnte man praktisch fast anfassen. Also sie war wirklich nur eine Armlänge weg und war auch auf uns praktisch gerichtet. Das heißt also auch auf mein Schlafzimmer, in dem ich mich gerade umgezogen habe. Ich war erst mal sowas von perplex, wirklich. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber wer rechnet denn bitte damit, dass eine Drohne vor seinem Fenster rumfliegt? Und ja, meine Freundin musste sich dann auch erst mal erklären, was das genau ist. Und dass uns das Ding gerade noch immer am Film ist. Und dann habe ich mich erst mal mit meiner Freundin über my Kong gelehnt, um zu gucken, von wo da irgendwie was kommen könnte. Also wem diese Drohne gehören könnte. Da haben wir aber keinen gesehen. Und wir waren schon überlegen, ob wir jetzt irgendwas nach dem Scheißding wirklich schmeißen. Sorry, ich bin ausgewandert. Anders geht es irgendwie nicht. Ich muss jetzt auch inzwischen einfach nur drüber lachen, weil das Ganze schon ein Jahr her ist. An dem Tag, als es passiert ist, hat mich das natürlich wesentlich mehr aufgeregt. Da haben wir uns dazu entschlossen, dass wir nach unserer Nachbarin, die unter mir gewohnt hat, rufen. Die ist nämlich so ein richtig schöner Nachbarschreck gewesen. Mit der habe ich auch einige Geschichten erlebt. Also falls ihr die auch hören möchtet, könnt ihr mir die gerne reinschreiben. Wir haben nämlich auch einen Spitznamen für diese Frau gehabt. Und zwar Frau Bolzen. Alle Apecrime-Fans wissen jetzt vielleicht auch, warum wir sie so genannt haben mit Spitznamen. Ja, und dann haben wir sie gerufen, weil wir wussten, okay, die macht wenigstens ordentlich Stress. Die Nachbarin kam dann auch ziemlich schnell auf den Balkon gestürmt. Hat uns dann erstmal angemotzt, weil sie nicht verstanden hat, dass das nicht unsere Drohne ist. Als sie das dann endlich kapiert hat, hat sie dann wirklich richtig Terror gemacht. Was wir natürlich in dem Moment echt gut fanden. Für so einen Zweck ist dann doch so eine Höllen-Nachbarin ganz gut geeignet. Und ja, dann hat sich endlich mal der Typ über seinen Balkon gelegt, sodass man endlich mal wusste, wer es war. Und dann ist er sofort praktisch runter durch den Hausflugrand, haben wir gehört. Ist dann erst runter zu meiner Nachbarin. Hat da geschellt, hat mit der geredet. Hat einen mega Einlauf kassiert, was richtig, richtig geil war. Weil ich meine, das hat der Typ ja verdient. Eigentlich hätte er wirklich eine Anzeige verdient gehabt. Und dann hat er auch noch bei uns geschellt. Wir waren noch immer auf dem Balkon. Und ganz ehrlich, ich hatte sowas halt keinen Bock, mit dem zu reden. Ich hatte auch keinen Bock, mir seine Märchen anzuhören. Meine Freundin, die war dann aber so scharf drauf, irgendwie sich seine Ausreden anzuhören, dass sie dann praktisch für mich zur Tür gegangen ist. Ich habe dann das ganze Gespräch praktisch vom Balkon aus mithören können, was die beiden an meiner Haustür geführt hat. Und was der Typ da losgelassen hat, dieser Nachbar, das geht echt gar nicht. Denn zum einen hat er behauptet, da war keine Kamera dran. Was der größte Schwachsinn ever war, weil ja sogar die Kamera ist praktisch mitgeschwenkt. Also als dann unsere Nachbarin von uns gerufen wurde, ist auch die ganze Drohne nach unten einen Stockwerk tiefer geflogen, damit er praktisch sehen konnte, was da abgeht. Und dann auch, als meine Freundin mit dem Handy gefilmt hat, ist die Drohne weggeflogen. Also ganz eindeutig hat er was gesehen. Und das zweite ist, was er gesagt hat, haltet euch fest, Leute. Das ist wirklich so geil. Ich habe eine Freundin, ich brauche keine Mädchen bespannen. Also erstmal, nur weil man eine Freundin hat, heißt das ja nicht, dass man, abgesehen vom Fremdgehen, dass man trotzdem anderen hinterherguckt, dass man Pornos im Internet guckt oder so. Das hat ja nichts damit zu tun, ob man in einer Beziehung ist oder nicht. Ich denke mal, da stimmt ihr mir alle zu. Und drittens war das dann nochmal bitteschön voll der Disso nach dem Motto, ja ihr seid eh zu hässlich, für mich, euch brauche ich gar nicht bespannen. Klar, während wir da schön auf dem Balkon sitzen, der wahrscheinlich unsere Stimmen gehört und deswegen sich gedacht hat, ja schicke ich mal schnell eine Drohne los. Und vor allem wisst ihr ja inzwischen, dass der Typ anscheinend keine Freundin hat, so oft wie er mich nach diesem Vorfall letzten Jahr angebaggert hat. Also ist der wirklich einfach komplett wahnsinnig. Hätte ich gewusst, dass er mir noch viel mehr auf die Pelle rücken würde, hätte ich ihn damals auch definitiv angezeigt. Ich hatte nur damals vorher nie eine Begegnung überhaupt mit ihm gehabt und dachte halt, das ist was Einmaliges. Der hat jetzt Angst vor der Polizei, der hat Angst vor meiner Höllen-Nachbarin. Er hört auf und ja, wie ihr aus meiner letzten Storytime wisst, ist es ja nicht der Fall. Er hat bis heute nicht ganz zumindest aufgegeben. Die letzte Woche hat er tatsächlich mal nicht versucht, mich noch anzubaggern. Aber mal gucken, wie lang diese Pause anhält. Zumindest seine Drohne habe ich nie wieder gesehen oder gehört. Die Dinger sind ja auch relativ laut. Und ich hoffe auch, dass es so bleibt und dass er mich vielleicht irgendwann mal endlich ganz in Ruhe lässt und kapiert, dass ich absolut kein Interesse an ihm habe. Und das war auch schon praktisch die ganze Spannergeschichte. Ich glaube, die Geschichte war ein bisschen kürzer als die letzte. Aber ich hoffe natürlich sehr, dass euch das Video trotzdem gefallen hat. Wenn dem so ist, dann vergesst bitte auf gar keinen Fall, dem Video auch einen Daumen nach oben da zu lassen. Und schreibt mir auch, wie gesagt, mal gerne in die Kommentare, ob ihr euch für diese, ich nenne sie jetzt mal, Frau Bolzen-Nachbar-Horror-Geschichten interessiert. Dazu würde ich bestimmt auch nochmal ein Video zusammenbekommen. Und ansonsten verlinke ich euch jetzt hier neben mir noch meine beiden letzten Videos. Und hier unten könnt ihr mich sehr gerne abonnieren, falls ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid. Ansonsten wünsche ich euch doch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!